Was hängt dem da ausm Ohr? Ist das ein Wurm oder ein Finger? Beides wäre ecklich. Geil. Ich bräuchte das ganz dringend. Haben wir hier was? Nö. Da? Nö. Dann halt nicht. Okay, ich merk's mir. Haben wir da was? Auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann laufen wir mal ins Verderben. In den Tempel. Dass uns auch dort erwarten möge. Ich erwarte es nicht mit Freuden. Ich muss sagen, eure Verwandten in Yu-Gi-Oh! sehen echt viel besser aus. Ich muss jetzt erstmal Abstand von denen schaffen. Ich brauch das Ding da hinten. Ja, lasst mich in Ruhe. Ich bin unschuldig. Au. Boah, Leute. Komm, Flügelstutzen ist angesagt. Ich muss ja die zwei Eingänge zumachen. Werde noch gestört von diesen Mistviechern. Komm, dich krieg ich. Die gebe ich, ey. Wow. Reicht das schon? Ne, aber jetzt. Das reicht. Super. Was bräuchte der HP? Ich hab mir grad auf. Komm. Nein. Jetzt. Weh, mich stört was. Super. Ich liebe es, wenn Drohungen funktionieren. Dann hat man so das Gefühl, man kann zum Spiel reden. Ja, ne Krebs, oder? Wie schaut's aus? Chemotherapie falsch gelaufen, oder? Oh man, das Ding ist ja da hinten. Tritt! Weg damit! Da ist es ja. Na, warte, Leute. Trottel! So, ich glaub, das war das Letzte. Da kommt nix mehr raus. Und da kommt, glaub ich, auch nix mehr raus. Äh, ja, viel zu weit gelaufen. Ne, kommt auch nix raus. Ha, doof gelaufen. Ich bin viel zu intelligent für euch. Was kann man denn draußen sehen? Blauer Himmel. Wie nett. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein, da will ich nicht lang. Vorsichtig. Wow. Nein, da will ich auch nicht lang. Vorsichtig. Wo kommst denn du jetzt her? Wo kommst denn du jetzt her? Komm mal her. Komm, komm. Hier mach ich das Leben zur Hölle. Hier bist du. Ich will dich packen. Ja, danke. Ist fähig. Versteckt sich da eigentlich oben. So, den Weg nochmal hochlatschen. Soviel zum Thema vorsichtig. Obwohl, dafür konnte ich ja nix eigentlich. Ich hoffe, das war's jetzt. So. Vorsichtig. 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 Das ist ein Sinn. Mit Eile. Wow. Schön wär's halt, Mann. Mann, ist hier oben warm. Da will ich nicht lang. Da geht's eh nicht weiter. Da will ich auch nicht lang. Und als nächstes auch nicht. Da würde ich gern lang. Nee, danke. Danke fürs Angebot, aber da wollte ich eh nicht lang. Ha, wir haben's geschafft. Brauch ich das? Nein. Natürlich nicht. Okay, doch. Ich brauch's. Hey, cool. Ist da noch einer? Oder war's das? Ah. Jo. Seht ihr das? Die Move hab ich erfunden. Und eure Großfeder haben's mir nachgemacht. So schaut's nämlich aus. Was ist mit dem Schatten? Das kriegen wir euch so hin. Vielleicht schon mal mit der Fresse auf dem Boden. Aber das lerne ich auch noch. Was gibt's denn? Ist er weg? Okay. Schausen. Oh ja. Das Empfangskomitee. Wie herzlich. Kann ich euch eigentlich packen? Oh ja. So. Wie geht's? Hat's euch gefallen? Hoffe ich doch. Empfeilt mich weiter, Leute. Ihr wisst, ich bin gut. Ach nee, das war dieses Zeiträtsel, glaube ich. Kratos! Hilf mir! Hilf mir! Kratos! Geh! Schieben! Und pressen! Sieht leicht verkrampft aus in der Richtung. Lassen wir das mal. Ist das etwa ein Aufzug? Ja, glaub ich's denn. Halleluja! Was es alles gibt. Äh, nein. Danke. Wo muss das Ding denn hin? Ähm. 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 Nein. Ah, nein. Äh. Da kann man was kaputt machen. Zerstörungswahn. Schöne Kiste. Ja, du kannst doch noch ein bisschen hängen, oder? Oder hast du's eigentlich mit dem Abseilen? Ich... ich... Ach. Ach. Ah, okay. Da kann ich noch nicht lang. Aber ich kann da hoch. Ah, ja, okay. Dann muss ich da hoch. Und dann... darüber. Okay. Dazu brauch ich dann... Stimmt. So ne... Säule. Geh ich jetzt... Geh da weiter ein. Ich bin hier! Ja, ich komm ja. Jetzt hätt's doch nicht. Frauen. Pff. Da kennt man sich noch nicht mal, und schon gibt's Ehrenbefehle. Ach, ja. Das war ja irgendwie, wo ich die zwei Dinger aufeinander stellen musste, oder? War das nicht sowas? Ich glaub, wir müssen mal zurück. Hängst du noch da oben, oder? Bist du schon tot? Hallo? Nächst. Ja, ist... Okay, ist cool. Ich glaub dir. Mach ich das jetzt? Ähm, kann ich das irgendwo da hinschieben? Nein. Okay. Okay. Das geht auf jeden Fall wieder hoch. Komm. R2. Zieh. Ist da was drin? Ich glaube nicht. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaub ja nicht. Ran. Du weißt, du wirst Zeit! Ha, es hat funktioniert. Genial. Das wiegt ja eh kaum was. Das schiebt der mit einer Hand. Aber ey. Wirklich, kaum schwerer geworden für den. Der tritt das weg, als wär's nix. Den im Fußball, das will ich nicht erleben. Das wär ein bisschen gemein. So. Okay. Dann leuchtet was. Dann leuchtet was. Was machst du? Ich bin hier! Hilf mir, Kratos! Bitte! Ja, ja! Oh. Nicht mehr so. Wie hängt's da oben? Alles cool? Hey, alles cool in Istanbul? Wow. Kratos! Ich bin schlafen. Du musst hier schnell kommen. Ich kann dir helfen. Ich helfe dir! Wir können Athen schlafen! Aber du musst schnell! Ich bin schlafen! Ich bin schlafen! Ich bin schlafen! Ich bin schlafen! Oh. Ich bin schlafen! Ja, ok. Mhm. Der Weg ist viel zu weit. Ah ja. Okay. Kannst du nicht selber schwingen? Oh Mann, oh ja, super Das ist zu spät, Mist Aber jetzt Wow, war das knapp, ich sollte höher klettern So Und zack Ha, geschafft, damit hast du nicht gerechnet, Rat, hä? Gehe ich da so zur Seite? Yes, okay, kann ich Halte aus, ich komme Oh, hold the might Ups, ich hätte einen Doppelsprung machen müssen Okay, du kannst es vergessen Ich habe es versucht Das war mir zu hoch, ich konnte es nicht Ja, ich trottel Puh, das war, das war mega knapp Komm, das schaffe ich Yes Und Bam Ganz grazil So Okay, da oben, Doppelsprung, merken Komm, Kratos Ich habe es geschafft, Baby Ich bin schon weitergekommen als vorhin Aber das kannst du nicht wissen Du bist ja noch nicht gestorben Hilf mir, Kratos, bitte! Ja, ja, schon mal über so ein Ding balanciert Das dauert Oh cool, eine Münze Nee, brauche nicht So Und da festhalten, ein bisschen runterrutschen Und dann schwinge ich mich einfach mal da hin So Und dann springe ich Nein, brauche nicht Und dann schwinge ich mich einfach mal auf Oder ist es Athens, die du zu retten hast? Nein, ich kann nicht! Wir müssen nicht stoppen! Und als die Oracle sah in seine Säule, sie sah einen Geist, als auch einen Mann. Once ein Kapitän in der Spartan-Armee, Kratos begann seine Kommand mit nur 50 Soldaten. Aber bald seine Begrüßte sich in die Tausend. Seine Taktik waren brutal, aber effektiv. Drank mit Macht, er sei von allen, nur einer. Seine Frau war die einzige, die seine Führung zu retten. Wie genug ist, Kratos? Wann wird es enden? Wenn die Glorie von Sparta ist, in der ganzen Welt. Die Glorie von Sparta? Du hast das für dich selbst gemacht. Sein Geist für die Begrüßte wusste nicht, aber das, was er wollte, würde ihn letztendlich konsumieren. Oh, die Gäste! Warum würde Athena einen solchen wie du? Bleib aus meinem Kopf! Seid ihr Schwerst, Kratos. Seine Brute-Strengthen nicht genug ist, für Ares zu zerstören. Seine Brute-Strengthen, nur ein Item in der Welt wird einen Gott verletzt. Pandora's Box. Das liegt weit über die Wände von Athens. Seine Brute-Strengthen, von den Gästen, durch den Deserten, nach dem Westen. Aber bewaren, Kratos. Viele sind in der Nähe von Pandora's Box. Keine sind zurück. die eine große Rolle in der Welt. Die Wand schiefen Sie,